Leistungssport ist immer an seine Grenzen zu gehen. Erfolg bedeutet für mich, dass das, was ich über Jahre trainiere, Wirkung zeigt. Ich glaube, wenn man dieses gewisse Etwas nicht hat, dann ist der Sport schon ziemlich schwierig zu meistern. Lass uns anfangen! Ich würde mal sagen, dass beim Profisport der Spaß immer an oberster Stelle steht. Natürlich geht es um Höchstleistung, um die besten Ergebnisse, aber die kann man nur erzielen, wenn man im Kopf locker bleibt und dem Körper vertraut. Es steckt auch sehr viel mehr dahinter, als man im Fernsehen sieht. Es ist wirklich ein sehr, sehr mentaler Sport. Mir ist es besonders wichtig, dass selbst wenn ich die Medaille nicht hole, dass ich ein Umfeld hinterlasse, wo die Sportler, die nachkommen, sagen können, okay, hier kann ich das Bestmögliche für mich rausholen und am Ende eine Medaille vielleicht gewinnen. Mein Lebensmotto ist, wenn du aufgeben willst, denk daran, warum du angefangen hast. Ich glaube, dass du aufgeben willst, wenn du aufgeben willst, denkst du aufgeben willst.